Hallo und herzlich Willkommen hier zu einem neuen Part von Let's Play Live You Dream. Ja, SMP Live You Dream. Ist klar, ne? So, ähm, ja, ich dachte mit diesem Part gehen wir mal wieder ein bisschen rumfliegen, weil, ne? Welt kann man immer gebrauchen. So, ähm, ja. Erstmal nochmal harmmäßig vielen Dank, damit ich auch weiterhin so schöne Kommentare bekommen, ja. Und das letzte Video wieder zu weit, das finde ich harmmäßig geil, ne? So, und, ähm, ja, und, ähm, ja, mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben, ich weiß jetzt leider nicht mehr von ihm, also ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Wenn ich ihn lese, dann sagt er mir schon was, aber ich kann ihn mir einfach nicht merken, das tut mir am besten leid, ja? Äh, du, äh, derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, äh, fühlt sich jetzt wieder angesprochen, ja? Ähm, und zwar du, ja, Kommentarschreiber, lieber Herr Kommentarschreiber, ähm, hast du mir in die Kommentare geschrieben? Ähm, ich soll mich doch mal, äh, ich soll doch Slash Spawn Change machen, damit ich hier auch im Haus spawn. So, das Problem ist, ähm, ja, ich bin vor einiger Zeit auf mysteriöse Weise aus dem Haus geflogen. Das heißt, ich bin da gar nicht mehr eingemietet, ne? Deswegen wird auch Slash Spawn Change schwer. Hm, ich denke, das ist logisch nachvollziehbar. Ich werde mir vielleicht bald eins in der Nähe vom Flughafen finden, wenn einer eins weiß, dann, ja, können wir ja mal in die Kommentare schreiben, wo das ungefähr ist. Ja, ähm, was gibt's denn noch? Ja, gestern ist das Video zum Glück pünktlich gekommen, ich denke, das wird heute auch so sein. Und ich habe ja jetzt Wochenende und dann, äh, ja, werde ich mal im Voraus aufnehmen. Und dann wird, wenn alles klappt, läuft am Montag Minecraft KS anfangen, ja. Ähm, und dann eben wieder zwei Videos am Tag. Heute kommt ja, ich glaube, heute, ja, heute kommt der letzte Space Engineers Part in drei Stunden. Und, ja, dann kommt auch noch ein Video täglich. Aber dann kommt ja bald, ähm, ja, Minecraft KS. Übrigens, ähm, ja. Ja, da hat sich das Spiel kurz minimiert. So, übrigens, wenn ihr sagt, ähm, nee, Minecraft KS ist der richtige Scheiß, ja. Aber erst mal angucken, ja. Nicht, nicht zu früh beurteilen. So, ja, ähm, hier, ähm, das Space Engineers war viel besser, ja. Dann schreibt mir das dann einfach in die Kommentare. Nicht unter diesem Video, ja. Ja, obwohl, könnt ihr ja nicht machen. Ihr könnt mir mal unter dieses Video schreiben, was ihr besser findet. Space Engineers oder Minecraft KS, ja. Ähm, auch wenn ihr das jetzt wahrscheinlich noch gar nicht, ähm, ja, beurteilen könnt. Aber, so, so von dem, was ihr denkt, wie es wird. Also, ich kann euch sagen, es wird ziemlich Premium, ja. Es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und dann könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, was euch denn besser gefällt, ja. Und wenn jetzt kommt, äh, sagen wir mal, ähm, es kommt, Es kommt ein Kommentar mit, ähm, Space Engineers ist besser, ja. Dann werde ich Minecraft KS nicht so lang machen. Äh, die Parts, die ich jetzt schon aufgenommen habe, werde ich auf jeden Fall noch holen und danach dann eben Space Engineers machen. So. Falls es aber sowas kommt wie, ähm, ja. Ähm, Minecraft KS, ja, beste Format auf YouTube und so. Dann, meins, zuerst. Äh, dann wird Minecraft KS länger kommen, ja. Und, alter, was ein Wichser. Und falls... Alter, das gibt's nicht, ja. Ja, und falls, ähm, kommt... Naja, Space Engineers war schon ziemlich Premium. Ähm. Ähm, aber mal gucken, wie Minecraft KS wird, ja. Dann, ja, ne, guckt mal und schreibt's mir dann in die Kommentare, ne. So, ähm, ja, wir haben auch gleich schon den nächsten Payday. Und, ja, ich bin ja schon Level 3. Was haben wir jetzt nicht geiles? Ah, ich hab leider noch niemanden getroffen. Äh. Ja, ich hab's gemerkt. Ähm, der... ... mir Geld geben will. Das find ich echt schade. Ich mag nämlich Geld. Glückwunsch, Zahltag. Ein, alter, 1008, alter. 50.000, galt, was da los bei mir. Hui, läuft. Ach ja, ich hab übrigens diesen Part schon ein paar Mal versucht aufzunehmen, heute früh. So, um... Wann hab ich das erste Mal? Um 8 hab ich, glaub, versucht, den ersten Part aufzunehmen. Und dann nochmal um... Ach Gott, 10 oder so. Und jetzt eben nochmal, ne. Weil es hat einfach nicht... Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, warum, ja. Ich wollte erst Minecraft KS aufnehmen. Das hat aber nicht funktioniert, weil mir das Spiel die ganze Zeit abgeschmiert ist. Ähm, ja. Und jetzt eben, SAMP hat wegen irgendwas auch nicht funktioniert. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was. Ich weiß nur, dass es nicht funktioniert hat, ja. Ähm, boah. Ne, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wegen was. Also, es tut mir ja leid. Ich weiß es aber nicht mehr. Äh, ne. Also, ich weiß echt nicht mehr, woran das lag. Ich meine, es hat ja bestimmt einen Grund, ja. Aber ich weiß nicht mehr welchen. Würde ich jetzt auch gern. Naja, jetzt ist zu spät. Die Folge ist weg. Die, ja, misste ich gleich aus. Sonst kommen mir die, ähm, am Schluss noch auswärts ins Video rein. Das wäre ja nicht so geil. So, hier. Perfekte Landung. Nicht ganz, aber ein bisschen. Oh, oh. Perfekt. Perfekt. Sag ich doch. Alles gut. So, ähm, ja. Und wenn ihr andere Jobs mal auf, äh, Live Your Dream sehen wollt. Jetzt habe ich fast wieder LOG gesagt. Ja, das ist mir in einem Video vor, weiß nicht, vor ungefähr fünf Videos passiert, habe ich gesagt. Hm, ich weiß ja gar nicht mehr, was wir uns jetzt auch schon auf LOG angucken konnten, ja. Dabei sind wir ja auf Live Your Dream. Ähm, ja. Ja, also, wenn ihr noch irgendwelche Jobs habt, die ich mal ausprobieren soll, dann schreibt mir die mal in die Kommentare, ja. Und, ja, wenn nicht, dann werde ich eben den hier weiter machen. Oh, oh. Alles gut. Erstmal ins Alter machen. Ne. Alter, das wäre mal lustig, oder? Drunk Air. Jo. Ähm. Gibt es irgendwas, das so ähnlich wie Drunk Air heißt? Drunk. Spricht kann das überhaupt so aus? Ich weiß nicht. Ich, ich vermute mal, irgendwas Ähnliches wird es geben. Äh, weil, naja. LV, Las Venturas. Las Vegas, ne. So kleine, äh, Ähnlichkeiten, oder auch SF, äh, San Fierro, oder auch San Francisco. Auch so ganz kleine Ähnlichkeiten mit der Realität, ne. Also, würde es mich nicht wundern, wenn hier, du weißt, Drunk, er auch irgendeinen realen, reales Vorbild hat. Ne. Ist klar. Sonst, wurde das ja total aus dem Spiel gerissen? Nein. Natürlich nicht. Das muss ja nicht alles ein reales Vorbild haben. Aber ich fände es lustig, wenn es irgendwas sowas Ähnliches gibt. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt einfach so. So, ähm, ich hab vergessen den Timer zu stellen. Äh, wir machen auf jeden Fall schon 5 Minuten. Ich werde es noch bis 10 nach, also Payday in 10 von 60 machen und dann werde ich das Video ungefähr beenden. Ich denke, das dürfte dann passen. Vielleicht wird die Folge ein bisschen zu lang, aber kein Problem. Wir haben erst 12 Uhr. Ich hab noch jede Menge Zeit, um die Folge dann noch heute hochzuladen. Ähm, ja, und was ja um mir auch mal... Also, das ist jetzt mal wirklich wichtig. Ja, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Ähm, und zwar... Wie wollt ihr Thumbnails haben, ja? Ich bin jetzt nicht beim Minecraft-Case am Überlegen. Und zwar hab ich, ähm, ja, die Wahl zwischen einem Thumbnail, das immer gleich ist, und einem Thumbnail, in dem ich... Thumbnail, äh, ganz... Ähm, ja, das eben veränderlich ist. Ähm, also wo ich dann immer so folgen, Screenshots, Reiburg und so, ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und auch so mit runden Ecken, ne? Ähm, das ist halt mal was anderes. Ja, also schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Und, na, wenn nichts kommt, dann werde ich wahrscheinlich das... Variable nehmen. Außer ich hab zu wenig Zeit, da natürlich nicht, ne? Ähm, naja, weil ich sag mal ganz ehrlich, ne? Es ist jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig, ob ihr jedes Mal wirklich ein perfektes Thumbnail habt. Oder ob ihr überhaupt Videos bekommt, ne? Das ist ein riesen Unterschied. Ich glaub, der Satz war grad verwöhnt. Also ich meine, äh, es ist viel wichtiger, damit ihr gescheite Videos bekommt, als damit der Thumbnail ordentlich ist, ne? Was bringt euch denn das Thumbnail ohne Video? Oder das Video ohne Thumbnail bringt schon mehr. Ich mein, Thumbnails sind ja auch eher nur zur, ja, Verbesserung oder zum Anlocken neuer Zuschauer da, ne? Ich denke, das ergibt Sinn. So, dann sind wir auch schon gleich da. Das wäre dieses riesige Flugzeug. Ich verstehe immer noch nicht, wer, wie, wo, was das ist. Wenn ihr was davon wisst, schreibt mir mal bitte in die Kommentare. Also ich hab... Scheiß Handy. Also ich hab echt, keine Ahnung, ja. Ich bin, ja, allgemein, wie ihr wahrscheinlich schon in den vorherigen Parts gemerkt habt, nicht so informiert über alles, was auf dem Survey abgeht. Aber ich denke mal, das ist auch nichts Neues. So, dann, ja, nähert sich diese Folge auch schon wieder mit dem Ende. Warum hat man eigentlich immer... Oder ich immer den Drang, wenn ich sag, jetzt nähert sich die Folge dem Ende, damit ich sag, ne, bis denn und... Äh, nein. Äh, sie nähert sich dem Ende, ja. Weil es ist jetzt, jetzt Ende. Vorher hat sie sich genähert, so. Ja, das heißt, ich hoffe, es hat euch... Jetzt hoffe ich, es hat euch gefallen, ja. Schalt... Alter, das ist unglaublich, ne? Schalt das nächste Mal wieder ein. Bis denn und... Tschö.